Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem Video. Heute spielen wir Der Boden ist Glitzer. 5, 4, 3, 2, 1, du bist tot. Ja meine Lieben, heute spielen wir Der Boden ist Glitzer. Und zwar, kenne ich es nicht, aber mir haben einige über die Kommentare geschrieben, wir sollen Der Boden ist Glitzer spielen. Ich habe auf Youtube gesucht, da gibt es nicht so viele Videos, so ein paar Stück halt und da haben wir uns gedacht, spiel mal es halt einfach. Spiel ist Spiel. Also, den ganzen Tag über machen wir das jetzt doch. Wir werden es auch so machen, dass wir sagen, die Sofa ist Glitzer oder was auch immer, dass wir uns mal was einfallen. Wenn du es gleich sagst, dann sage ich Der Boden ist Glitzer. Ja, ja, ja. Nein, nicht jetzt, ich muss hier reden. Okay, es geht weiter. Der Boden ist Glitzer. 5, 5. 4, 3, 2, 1, 0. Ey, geh weg. 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich muss die Melayu einfangen. Der Boden ist Glitzer. 3, 2, Wie sie sich immer hinlegt. Sofa ist Glitzer. 3, 2, 1. Gut. Der Boden ist Glitzer. Yep. Cool, jetzt habe ich nicht einmal zählen können, die Kera schaut zu. Der Boden ist glitzer! Ah, ich habe jetzt nicht gezählt, aber du hast es geschafft. Der Boden ist glitzer! Der Boden ist glitzer! Drei, zwei, eins! Das war ein Schmarrn! Nein, das ist kein Schmarrn! Ich bin jetzt total baff, weil er nicht weiß, worum es geht. Das Schmarrn braucht halt keinen Glitzer. Nein, das ist ein Junge, der braucht keinen Glitzer. Gut, ich war. Jetzt bist du voll ein Glitzer. Wir haben gerade Schmarrn geprankt. Müsst du das Video mal anschauen auf Family Fun! Mama! Das ist das Glitzer! Fünf, vier, drei! Ich kann mich da nicht hinlegen! Schatzi, der Boden ist glitzer! Oh, was? Und dich nicht fest! Ah, drei, zwei, eins! Oh! Ich bin mir glitzer! Das ist das Bein nicht! Ich stehe jetzt wieder auf! Der Robert sitzt im Garten. Der Boden ist glitzer! Drei, zwei, eins! Au! Du hast verloren, du hast verloren! Ja, du hast zu schnell gezählt! Du hast dich ein bisschen voller Glitzer! Ja, mach mal ein bisschen Glitzer! Ah! Der Boden ist glitzer! Oh mein Gott, hör auf! Drei, zwei, drei! Ah! 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 Der Boden ist glitzer! Ah! Cool! Ah! Ah! Gut, dass es kein Kacka ist! Gut, dass es kein Kacka ist! Gut, dass es kein Kacka ist! Wir versuchen uns gleich nochmal! Nein! Der Boden ist glitzer! Ah! Ah! Kira ist Kackatecke! Ah! Ah! Der Boden ist immer noch glitzer! Ah! 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 Robert ging gerade mit Kira Kasi! Die hinterwischen wir jetzt gleich draussen! Die sind schon draussen! Schnell! Ah! 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 Super! Jetzt wollte ich gerade noch zu den Mädels sagen! Wir machen schnell einen Abschluss vom Video! Schau mal, wie es da ausschaut! Und jetzt habe ich gesehen, die schlafen schon! Dann lassen wir sie schlafen! Oh! Licht aus! Okay! Dann mache ich den Abschluss vom Video! Also heute haben wir, der Boden ist glitzer gespült! Ihr habt es gesehen! Haben wir uns nicht selber einfallen lassen! Haben wir bei zwei, drei kleinen Kanälen gesehen, die es gemacht haben! Fand ich mal ganz cool! Wenn wir nachprobieren mal, ob euch das gefällt! Also ich sage Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!